Heute, Ostersonntag früh, ging ein plötzlicher Schneesturm über die Insel, zwischen den grünenden Hecken am Schnee. Mein junger Sohn holte mich zu einer Glikosenmäusche an der Hausmann vor deinem Ferseweg, in die ich auf die Ebene mit den Fingern deutete, die diesen Krieg vorbereiteten. In diesem Kontinent, diese Hüse, mein Freund, meine Familie und mich verziehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020